Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration Kids Club. Ich bin's Patricia und ich habe hier heute zwei Topmodel-Bücher und zwar einmal ein Dress-Me-Up-Topmodel-Buch und einmal Haydens Topmodel-Buch. Und heute möchte ich mal versuchen, Hayden quasi in diesem Buch hier zu stylen und zwar sind hier ja verschiedene Topmodels drin. Und ich nehme mir Hayden hier mal vor und zwar versuche ich anhand Haydens persönlichen Buch hier zu schauen, welchen Stil sie eigentlich hat und versuche dann mal rauszufinden, welche Kleidungsstücke hier am besten zu Hayden passen und kreiere ihr dann ein Hayden-Outfit. Und dann legen wir jetzt auch schon mal los. Also man findet hier bei ihr auf jeden Fall eine Bluse, Jeans und ganz klassisch Sneaker. Also auch wieder verschiedene Muster, eine College-Jacke, also auch eher lässig, Strickjacken, Strickpullover. Auch mit Leder hat sie hier so ein bisschen schlichte Hosen dann dazu, weil das ja dann auch zu den Mustern dann ganz gut passt, dass man es nicht überlebt. Auf jeden Fall sehr schicke Teile hat sie in ihrem Kleiderschrank. Und jetzt gucken wir doch mal hier in diesem großen Buch, ob wir hier das passende für Hayden finden. Ich glaube, ich würde mich hier für dieses Top hier entscheiden. Das ist ja so ein bisschen schicker hier mit diesem geknoteten, aber auf jeden Fall an Alltags-Top. Und dazu, glaube ich, würde ich dann wirklich diese Jeans-Jacke kombinieren und dieses Tuch hier, weil bei ihr hat man ja auch ein paar Tücher gefunden. Das ist auch ein bisschen schicker. Ich halte das mal näher dran. Und zwar sind da so Palmenblätter drauf in verschiedenen Farben. Kurze Röcke auf ihr. Ja, sie hat auch Jeans hier drin. Genau, dann werde ich auf jeden Fall eine Jeans-Shorts hier nehmen. Die klebe ich zuerst auf, weil das eine High-Waisted Jeans ist. Und das ist jetzt der Hayden-Style. Also einmal eine lässige Jeans-Jacke, die sie wahrscheinlich auch schnell ausziehen wird, weil es ja ein sehr schickes Top hier drunter hat. Passend dazu dieses Tuch, das passt auch sehr, sehr gut farblich. Und diese Jeans-Shorts hier. Und in Mint-Ton, genau, der ja auch in diesem Tuch hier mit drin ist, hat sie dann schlichte Sneaker. Und jetzt interessiert mich natürlich, wie gefällt euch denn generell Hayden-Style? Also, würdet ihr auch gerne ihren Kleiderschrank haben? Oder habt ihr vielleicht auch, sag ich mal, solche Kleidungsstücke? Würdet ihr euch mit Hayden identifizieren? Lasst es mich gerne wissen. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch über einen Daumen nach oben freuen. Und damit ihr auch in Zukunft keine Videos mehr von uns verpasst, abonniert doch den Kanal. Bis bald! Bis bald!